Hey YouTube-Craigs! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K15. Heute spielen wir das dritte Spiel gegen die Golden State Warriors und wir spielen zu Hause im heimischen Stadion. Genauso wie das nächste Spiel, wenn wir die zwei jetzt zum Beispiel gewinnen könnten, hätten wir die Seele schon beendet und wären in den Conference Finals. Das wäre natürlich richtig cool, aber Golden State ist ja jetzt auch nicht ein einfacher Gegner, deshalb konzentriert jetzt beim Spiel bleiben. Und die letzten zwei Spiele sind wir nicht so ganz gut ins Spiel gekommen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird. Ich hoffe, dass wir aggressiver den Ball fordern und einfach mal zu den Korb ziehen. Oh, alles schön in... Oh, da nicht in der Farbe. Irgendwie immer geben wir den Tipp auf. Wir gucken mal, wie der Blumley den ersten Korb macht. Oh, mein Gott. Fängt ja schon gut an. Oh, das Ding an die Breppkante. Gleich ein Dreier von Thompson. Da sind wir... Ne, da sind wir nicht vorbei. Verdammt, gute Defense. Wo ist der Pass? Okay, er muss ihn nehmen. Yes, Baby. Yes, der Dreier von Thompson. So muss das laufen. Wo will denn der Icky hin? Der ist mir ein bisschen zu schnell. Oh, nein. Komm schon. Sehr gut. Blumley hat einen Rebound. Oh, 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 shit. Den habe ich angefordert, den Pass. Und Icky hat ihn abgefangen. Und stopft das Ding rein. Muuu, Icky. Bäm. Da komme ich hinterher angerannt. Oh, komm schon, Leute. Konzentration. Nicht zu viele Turnovers. Vielleicht der zweite Turnover hier. Komm schon, Rebound. Oh, Miner. Sehr gut. Let's go. Thomas auf der linken Seite. Wuuu, yes, Baby. 5,5. Meiner. Okay, Tragic. Quatsch, blumley. Tragic, die müssen wir kennen. Kommt mir gar nicht mehr vorbei an den Leuten. Oh, mein Gott. Das sind schlechte Spiele hier. Ganz schlechtes Spiel von uns. Wir kommen nicht ganz klar mit der physischen, harten Defense. Wir kommen gar nicht mehr so richtig links oder rechts an den Spielern vorbei. Okay. All right. Okay. Oh, Flamdi, komm schon. Ich muss rein. Sehr schön. Oh, ich bin ganz alleine, dann muss ich nehmen den Wurf. Oh, komm schon. What? Dann, das gibt es so ein... Über die Würfe fallen nicht ein irgendwas. Nein, 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 nein. Schöne Tiefe gegen Iggy. Mein Rebound. Curry. Haut da den Dreier rein. So, ich habe hier einen Block, mein Freund. Pass. Yes. Yes Baby! Oh mein goodness! Nein, nein, nein! Verdammt! Ich werde versuchen den zu stilen, aber... Keine Chance. 12-8 steht schon. Okay, ist alles noch drin, 4 Punkte. Das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. 14-14, 20 Sekunden noch im ersten Viertel. Das sieht okay aus. Aber wir kommen gar nicht ins Spiel. Keine Punkte, nix. Da siehst du vielleicht zwei Rebounds. Da hat man definitiv schon bessere Spiele. Thompson. Gut, 1,3 Sekunden. Ich bin mir echt gespannt. Das gibt es doch nicht, dass wir da nicht mal an den Spielern vorbeikommen. Das muss besser werden. Das muss besser werden. Zum Offensiv über und gehen. Coach, du sagst es. Aber es ist leider nicht immer so einfach. Das sind die Stil-Totals für dieses Team. Das haben wir wirklich gut Druck auf die Offensiv. Well, du wißt du was? Pressure kann zu Pilfer und Pilfer und Pilfer kann zu Punkt. Und die Pilfer kann zu Punkt. Oh! Schön weggegangen von Blumdy. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Und der Wurf. Oh! Yes! Schön weggetippt. Zu Green. Schöner Rebound. Schöner Rebound. Schöner Rebound. Wieder Coaches verlangt hat Offensiv über und gleich unsere ersten zwei Punkte. Komm schon. Rebound. Sehr gut. Jetzt kommt der Drive zum Korb. Ich glaube langsam werden wir warm. Komm schon. Defense. Oh wow wow. Wilder Versuch da. Sehr schön. Und. Uh. Fast hätte ich den Ball in der Luft verloren. Hoho. Da hat es mich hier geblumst. Sehr schön. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind hart. Komm schon. Geh doch... Wieso muss ich den jetzt decken? Was macht denn der jetzt? Ja, jetzt gibt er mir den Ball. Ja, das war natürlich ein sehr blöder Wurf auch von mir gewählt. Die Fans. Die Fans. Was nicht? Ja, schön ausblocken. BOOM! Habt ihr das gesehen, wie ich den Ball weggekommen habe? Ich glaube, das sieht leider nicht mehr als Block, weil der Volk der F ovr war, aber guck dich jetzt an. BAM! Not in my house! gut wie die aber okay wenn er es macht wieder 20 20 so wie bei uns und ab geht die Post wo ich komme nicht durch jetzt ist war fast in den abgefangenen sie sehen die hand ins gesicht aber jetzt nahe ist block von morris und den Ball schnapp ich mir. Pass. Nein, nicht zu... Ey, Mann, zu Morris war doch logisch. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich bleibe bei Niki dran. Ja, durch mich durch, der Pass, oder wie? Verdammt! 21, 20. Und jetzt hat Coach nimmt eine Auszeit. Ist nicht zufrieden. Okay, wir kriegen eine kleine Pause. 29, 27 zur Halbzeit. Liegen zwar hinten, aber mit zwei Punkten. Das geht noch. Das geht noch. Das geht definitiv noch. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht genau. Bisschen in der Defense, müssen wir noch besser werden. Die zwingen schlechte Würfe zu nehmen, dann die Rebounds zu holen. Dann wird es natürlich in Fastburg laufen. Shit. Curry Harden ist hier wieder ein Dreier ran. Das geht noch nicht. Letzt er war in der Mitte hin. Ohem. Oho, derzeit! Oho, derzeit! Schön Platz gehabt da vor Icky. den müssen wir natürlich nehmen zum Wurf oh man oh Blumdy was machst du verdammt no way no way Rebound und sehr gute Defense das war doch eigentlich eher ein Block oder hat er den Ball verloren ich habe auch immer keinen Block bekommen aber sah schon so ein bisschen nach Block aus Liga-Spitzenleiter in Punkte Fünfter Platz das ist ja cool oh nicht schon wieder Curry der ist nicht zu stoppen wenn der mal heiß läuft hat es hier zu starten das ist das ist das ist Grunde Hakenwurf und schütteln jetzt zum Glück ist bei mir da für den offensichtlich und macht die zwei Punkte und reaktion werden es exzellente Sprechmann was so und der Reihe baut jetzt so ein schöner Passwirkungen fast mit dem da bin ich weg und schöner zug zum korb jetzt kommen wir langsam rein zehn punkte sieben wir wollen trotzdem golden state in vier punkten vorne nicht schon wieder das ding da rein und ich darum greifens leder sechs punkte verdammt kommt schon ich sage dass im auswärts gewinnen zu hause immer verlieren boah böses faul das hat wehgetan voll auf dem hicken jetzt aber ganz genau die fünf punkte müssen auf jeden fall eliminieren nicht ins vierte viertel mit ist er ganz frei wie soll man an einem verdammt ich musste zu dem freien mal hin aber ist natürlich dann blöder kommt natürlich der passen sein mann sie muss die tiefen sehen wie ein bisschen die muss müssen stärker werden zu einfach und die füge aufnehmen mit links abgelegt schon schöne defense schöne defense bleibt jeder beim mann jeder beim mann und das deal und das deal und es ist fast weg und bämm green macht es selber coast to coast baby coast to coast sehr schön auf drei punkte verkürzt genau das wollte ich sehen vorsichtig mit digita läuft mir hierzu wieder kommt schon wie baut jetzt hast du green passt zurück was bleiben die kommt schon um ok schade in der britannik und schluss vor dem wohnen es ist wir kommen wieder dann wir kommen wieder dran die reisungsforschung die reisungsforschung die neuesten an den 1 ein punkt hinten Nein, 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 du bleibst da hinten. Niemals. Yes, sehr gute Defense. Komm schon. Wow, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Vielleicht, ob das jetzt ein Block war oder ob ich einfach nur daneben gedankt habe, weil ich schon ein bisschen konditionsmäßig so... Oh man, komm schon, das wäre ein super Fastball gewesen mit einem fetten Dunk am Ende. Oh, jetzt kriegen die auch noch den Rebound. Verdammt, das wäre die Chance, in Fügung zu gehen. Konnte ich das daneben hauen? Oh mein. Komm schon. Ich hau das Ding an die Kante. Was für ein Shit. Oh, fast muss die von Blumbrüchen. Boah, der Fastball nervt mich immer noch. Beihändiger Dank und sogar den, hab ich irgendwie daneben. Gut, das waren so zwei Gegner hinter mir, aber komm schon. Das muss ich doch machen. Der haut da ein, drei und achten an den Bein. Alright, Blatzer macht das immerhin verkürzt auf vier Punkte. Ja, und damit geben wir ihm das letzte Viertel mit vier Punkten Rückstand. Das läuft noch nicht ganz rund. Läuft noch nicht ganz rund. Müssen wir jetzt echt... Mal schauen, ob wir nicht reinkommen. Wie viel steht's? 50, 47. Drei Punkte. Fünf Minuten. Komm schon. Die Fans. So ist schön. Komm schon, Morris. Nice. Schade, aber wir haben nur noch sieben Sekunden. Ich komm rein. Das ist gut. Ich möchte gleich mal zu meinem Mann hier. Ich hab den Ball erst gar nicht bekommen. Das gibt's doch nicht, ey. Drei machen die eigentlich. Ich hab den Ball erst gar nicht bekommen. Wow, komm schon. Cooler doch mal rein. Das kickt's doch nicht, ey. Ach, komm. Jetzt haue ich alle beide daneben. Oh, verdammt, zu spät geh ich da hoch. Ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Ich hab den Ball. 8 Punkte. Ach, das geht schon. 8 Punkte. Foul, Shidi. schüttel hat die tatschen kann schon die bauern und fänglich verschieben die mann treuer kommt schon da müsste doch der dreier kommen da bin ich durch wo ich hätte auch zum Kopf ziehen können eventuell aber hauptsache rein vier Punkte hin jedes Mal das gibt's doch nicht nein kommt schon die Fans sechs Punkte und was ist kein Traum dann hat er vier Punkte verkürzt Yes Stil Yes Nice Slam Dunk zwei Punkte noch zwei Punkte aus richtigen Fühlen waren wir auch nicht Oh wir sind Rebound kommt schon Yes Yes Blumli 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 Da werde ich gedoppelt Komm schon Treuer Yes Da werde ich gedoppelt und finde den freien Mann Damit Oh wow 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 Dammit Da sind wir mal in Führung Da kommt wieder so Stephen Curry Oh wow 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 Da werde ich wieder gedoppelt Komm schon Ah verdammt Morris Komm schon Der hätte rein müssen Uh Fastenstil Fastenstil Wo ist mein Mann Wo ist mein Mann Die dürfen jetzt keinen Korb machen Die dürfen jetzt keinen Korb machen Für eine Defense Yes Uh Komm schon Ball zu Dreigic Und Yes 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 Thomas Puh Gute Defense Vorne Punkte Okay Auf jeden Fall Jeder Von der Seite Zumindest Noch ein Angriff Wenn wir den jetzt abwehren können Den Angriff abwehren können Ohne Foul Ohne gar nichts Das wäre natürlich Richtig Richtig Cool Nein Komm schon Viel zu einfach Fuck Fuck Ich komm nicht durch Ich komm nicht durch Blumli muss in ihm Huuuuh Shit Der Blumli hat mir da nochmal den Ball gibt Der die auch nicht erwartet Aber Versenkt ist Versenkt 21 Punkte 11 Rebonds Yes 3,8 Sekunden Kein Foul Kein Foul Und gute Defense Oh my goodness Oh my goodness No diesmal nicht mein Freund Das zweite richtig knappe Spiel gegen die Golden State Wir gehen mit 3-0 in Führung Scheiße War das übel War das übel Jo 21 Punkte 11 Rebonds 2 Assists Was am Ende noch richtig gut gewesen Bestes Spiele Baby Euch wie immer Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Viertes Spiel Wieder heimwärts Wir könnten die CD beenden Peace Yay Yay Toe Oooh Bye Christmas Oh my goodness 是 乱 S Untertitelung des ZDF, 2020